Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren Video zu dem White Rift Coaching Projekt, an dem ich teilnehmen durfte. Auch dieses Video ist aus demselben Coaching wie das letzte Video, zeigt uns allerdings im Duell gegen Spieler, die Platin und da drüber sind. Das heißt, wir haben quasi ein Custom gemacht und haben gegen Zuschauer gespielt, die ziemlich, ziemlich gut sind. Und die Partie daraus zeigt auch ganz gut, wo vielleicht noch unsere Schwächen vor dem großen Finale waren. Auch das große Finale werdet ihr übrigens hier auf dem Channel sehen. Ein Game Uncut und ein Game sogar als Highlight freut euch also darauf. Und wenn ihr selber White Rift spielen wollt, dann werdet einfach einen Link in die Beschreibung oder einen Blick auf den Link, das geht auch. Soll ich auch jetzt dann trotzdem wieder Topside starten? Ne, 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 kannst du von unten machen. Der wird Geniechen werden und wenn dann ein bisschen Sau bist du stärker als mit Wukong gegen Lee. Wenn dich dann unsere Botlane und Midlane dann back up, dann passt das. Ja, das kann ich ausschließen. Ich setze meine Ward hier nicht, dass da Sachen passieren. Wie gesagt, der einzige Grund, warum du jetzt oben starten könntest, wäre, wenn du sagst, okay, wir wollen Botlane, Scuttle nochmal contesten. Hätten wir theoretisch auch machen können. Und was ist, wenn ich jetzt Red Raptors Crux mache? Kannst du auch machen. Und dann Botlane? Kannst du auch machen. Kannst du auch machen. Ich sehe uns nämlich bei dem Botlane-Contest eigentlich. Okay, okay. Ich finde es auch eigentlich auf safe machbar. Safe. Ja, der Triad schmeckt dem nicht. Nice one. Nice. Clean. Voll, Johnny, einmal nicht und voll. Direkt vorbei. Lieber Mitte. Ich gehe wieder. Beigang, den macht er die ganze Zeit. Macht er, ist typisch, Willi. Ich gehe mal hier unten jetzt wieder Warden beim Blubuff. Ich müsste eigentlich resetten. Ja, mach. Achso, dann mach. Wenn du musst, dann mach. Dann können wir halt nicht contesten. Das ist kein Thema. Aber wenn du, bringt ja nichts, wenn du nicht resetst, dann sterben. Ja, ja. Nee, aber ich glaube, eben habe ich meinen Resetter einmal nicht genommen. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Mein Jungler hat nicht die nötige Dankbarkeit entwickelt dafür. Aber ich habe jetzt trotzdem prior. Wir können für Krabbe gehen. Ja, bin dabei. Wasted ist ein bisschen schwieriger. Der kommt jetzt rein, der kommt jetzt rein. Ja, der kommt jetzt rein. Mach einfach, mach einfach, mach einfach, mach einfach. Ich wollte die kommen, mach den Verge. Die sind ja low, das ist schön. Okay, let's go, good job. Double Crip, Double Crip, Double Crip. Ja, Double Crip. CB und Crunch könnt ihr auch gleich zur Skrtel, also wenn ihr gepusht habt, unten hätten kommen. So gar nicht. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich mache das einfach so. Nice, so ein good job. Die sind uns low gewesen. Aua. Ja, ich laufe da gerade hoch. Ah, nee, das wird nichts. Nee, 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 ich kann nicht. Aber ich habe Double Crip bekommen, das ist schon mal gut. Auf jeden Fall, mega nice. Mittler ist komplett am Arsch. Ich mache den... Nice, schön. So, warten wir mal ganz fast. Die kommt mit schon. Die sind mit auf den Top. Wie sieht es mit dem Counter-Gank aus? Nee, 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 gar nicht in den Area. Okay. Das ist fein. Da muss ich das vor respektieren. Genau. Ich würde jetzt gerne Better-Jungler-Wins in Old Shit schreiben, aber hey. Ich habe einen Farm-Diff-Git schon aufgebaut. What? Ich würde gerne Better-Mitland in Old Shit schreiben gerade. Mach das. Ich gehe auf K. Ah, das ist die, das ist die Ultra. Die erste Defensive war schon bald von mir. Oh, Drake. Drake in 40 Sekunden. Mhm. Ich mache jetzt Red Buff und dann resette ich. Ja. Ich sollte dann ziemlich stark sein eigentlich. Muss ich eigentlich die Mist callen, wenn er nicht mit ist, weil der lebt ja hier. Also, wenn dann... Er ist gerade nicht da. Ich gehe einmal zurück. Oh, die sind tot, die sind tot, die sind tot. Zurück, zurück. Können wir rennen? Ja, können wir. Der kann den Champion gar nicht mehr. No, no, alles gut, ich hatte Barrier noch. Achso. Oh. Ist doch ganz gut gewesen. Ich kann oben den Tom halten. Ihr könnt eigentlich relativ easy Dings machen. Ich komme auch rüber. Ich komme direkt zum Drache-Richt. Ich bin da auch hoch. Und wenn Melfi kommt, Melfi hat keine Ulti. Er hat die Ulti nur zwei Drachen. Ich kann da rein jetzt gerade. Aber da ist ja noch niemand von uns. Pass auf, du bist ganz alleine. Pass nicht mal auf. Ich komme rüber, dann machen wir den. Ich komme mal auf. Komm mal hier, komm mal hier, Phil. Ich kann hier rein. Ja, ja, ich komme. Oh, Sen hat geflasht. Ich bin auch mal auf. Ich bin echt da. Ich habe keinen Kick. Ich komme, ich hole mir die Sen. Ich hole mir die Sen. Ich hole mir die Sen. Nice. Okay, ich brauche. Lass Drachen machen. Ich habe die Sena im Charme. Komm, mach Drachen, mach Drachen. Fizz, Fizz müsste noch Ulti haben. Wie gesagt, Melfi hat keine. Melfi hat auch keine. Melfi hat ist zu 10. Einfach alle auf, Drache, alle auf, Drache. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Fizz voller Seite. Fizz? Fizz ist Ignite. Fizz sollte die haben. Fizz sollte die haben. Fizz sollte die haben. Aber passt auf, Lissin ist wieder da. Also nicht mehr chasen. Ich muss raus. Ja, ich bin tot. Einfach raus. Raus, 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 raus. Ja, geht einfach. Das ist auch was. Oh nein. Stopp. Stopp. Komm, kommst du zu Marit. Kommst du Marit. Kommst du Marit. Kommst du Marit. Kommst du Marit. Ja, danke. Sehr, sehr heldenhaft. Denke ich. Ich habe es nicht ganz bemerkt. Aber, ne? Ich war neben dir, wie hast du mich nicht gemerkt? Ich geh mal in Wardling Nee, ich hab dich tatsächlich gesehen Du hast das ganz super gemacht Okay, lies den Com, lies den Com, pass auf Fizz kommt auch Ich geb hier Vision auf T Mach Verge, von hinten angreifen Dann ist er Verge, Smite um Verge Let's go, good job Wollt er raus? Einfach raus, einfach raus, einfach raus Ja, Senna ist er raus, auf jeden Fall Auf jeden Fall raus Good Job Gar ein starkes Game, bisschen Ähm In diesen Mitte? Ja Ist fein Wollt die Senna gerne aufhalten Mhm Die Senna kommt jetzt langsam wieder nach oben Okay, kommt noch ein Fizz Achtung, CB Oh ja, kommt weiter hoch Ist so ekelhaft stark gegen mich Wollen wir swappen? Ja, wär ich dabei Wär ich auf jeden Fall dabei Oh Aber der Fizz wird auch grad frecher Also du musst ein bisschen aufpassen Es kann hier oben sein Fizz kann oben sein, aber Fizz ist wieder mit da oben Ich kann mit runterkommen hier Ja, ja Ich glaub der ist Base, ne? Der hat keinen hole, der hat keinen hole Der hat keinen hole, der hat keinen hole Ich chase den Kommst du ran? Ja Wahrscheinlich mit Flash, ne? Ja, er hat wahrscheinlich noch Oder vielleicht auch nicht Nice Fizz kommt runter, pass auf Fizz ist auch nur ein Ich geh back einfach Hm Ja Schau über den Was ich hier mache dann, ne? Ich komm grad hoch Ich hab's ja fest ist wieder mit Vielleicht das ist auch mal Ich bin auch mal Ich bin gleich oben Nice one, good job Ich bin gleich da Na komm, ich weiß Ah egal, ist okay Ist gleich willkommen Hier für die Krabbe Ja, ich bin da Ja Die sind da in dem Busch vielleicht, ne? Ja Ja Komm Ich krieg Bot, komm 2 Platings, denk ich Ja, ich bin dead, ich bin dead Ähm, Botlane, seid ihr da? Hm Warte, warte, warte Ich renne Komm Ja, der Malefight ist auch bei euch Ich krieg unten Turm Also, ist mega worth Kommt ich Oh, aua Ich hab kein Mario Ich hab kein Mario Manfight Flash Ult Die sind das noch an der Seite Passt auf Keine holt aber Ja, ich hab kein Problem Könnt ihr da rausrennen? Oh shit Renn, 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 raus, renn, raus Ah shit Ich komm grad wieder hoch Ich komm grad wieder hoch Ich hab den Lease Ich hab den Lease Ich bleib hier Ich versuch hier ein bisschen zu wait, ja? Ja 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 Der Fist ist jetzt Bot Ich push Mitte Mhm Mhm Ich hab Harold noch, wenn wir Mitte Ich kann Mitte kommen Ja, dann mach Mitte Mach Mitte, mach Mitte Genau, setzt den Mitte und dann der Drachenspot auch jetzt Ja, ja, ich geh nach oben Ich hab halt, ähm, krachial overstate Also so, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hart ich overstate grad, aber Schätzt mal mein Gold Ich sag, 6.000 Ich sag, 6.000 Ach, okay Ich sag, die Kicker kommt rein 2,7 K 4.000 Ja, 4.000 ist sehr passend leider Ja, da sollst du vielleicht doch noch nix hätten Klar Kommt's alle unten? Evil? Ja Oh, stark Oh, den sick Ja, Kick, äh, Malphite ult Komm zu uns, Zibi, renn Ach, komm, Mann Hallo? Ja, ein bisschen Ja, ein bisschen Running, running It's all good, it's all good Okay Ja, ich bin jetzt sehr, sehr strong Die kriegen den Drake, ne? Ja, die kriegen den Drake, das ist okay Das war Flash Insect, das haben die gut gespielt, das müssen wir auch mal anerkennen Aber ich bin jetzt komplett im King-Mode War das, war das unser Plan gerade? Jungle dich einfach durchgehen? Was meinst du? Unser Plan gerade, was wollen wir machen? Wenn du, wenn du ganken kannst, dann gank trotzdem, aber ja, sonst macht der Jungle Gerade Botzeit, äh, Topzeit zum Beispiel Ziemlich gankable aus Ich komm bitte, ich würde auch versuchen, so viel wie möglich zu rotieren Ich komm gerade zur Mitte Ich bin nach rechts vom Bootjob Der ist schon dead Ich komm gerade hochgelaufen Ich komm gerade hochgelaufen Ich komm gerade hochgelaufen gerade Ich geh, ich geh hoch Ich, ich move hoch Ich komm auch, ich komm auch hoch Ich komm auch hoch, ich komm auch hoch Malfight im, Malfight im River hier Der hat rausgeholdet Der hat keinen Hold mehr, ich komm hoch Ich, ich bin in der Mitte und, äh, Pressure Turret Ich bin gleich hier oben, ich bin gleich oben Er ist eben jetzt reingeht, ich bin da Malfight ist in der Mitte Lee Sin ist auch noch hier Tschüss Er hat keinen Kick mehr Kommt habt ihr Wie lucky dieser Ezreal gerade war Oh, oh Oh, oh, fuck Lee Sin und Dings sind noch Da Lee Sin und Fils sind noch Von hinten, die kommen auch Fuck, die schaffen das nicht mehr Schade Okay Schade Ich bin super, super fett, na? Also, ich glaub, Fights mit mir Verdienen wir gerade nicht Okay Ich besorg mir, ähm Ach, dass der Malfight jetzt so lange überlebt hat, war echt Malfight ist ekelhaft, Tanki Ekelhaft, Tanki Actually, ich glaub ich sollte, ich sollte side-gain und wenn irgendwer kommt, kann ich den easy one-on-one Ich geh einfach bot und push einfach durch Ich denk, es wär ein bisschen besser, wenn du top gehen würdest dann, weil Äh, falls sie kommen, können wir zum Baron Falls die mehr kommen, können wir zum Baron Ey, pass auf, Lee Sin kommt hoch, pass auf, Lee Sin kommt hoch 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 Ich komm hoch Ich bin gleich da Ich bin gleich da, ich bin gleich da Ich bin gleich da Leider nicht döschen Fizz ist auch noch dark, ja Fizz Ah Okay, warum ist der? Droppt den Turret, wir müssen den droppen Der ist weg Ich krieg hier unten halt was dafür wieder Vielleicht können wir die hier ein bisschen halten, dass sie nicht runter gehen Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich bin on my way, ich komme raus, ich komme raus, ich komme raus, ich komme raus, die sind aber alle da, pass auf, Drache kommt, Smonten, Smonten, macht euch ready, wenn du Gold hast, resett er, 10 Sekunden, wenn du willst, resett er noch kurz, sicher, dass das geht, probier mal, ja, ja, klar, alles gut, der Lee sin resettet auch gerade, der Lee sin resettet auch gerade, okay, nice, ja, der Lee hat gerade keinen Kick, aber ich habe gerade auch keine Ult, ich bin halt wirklich sehr, 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 sehr stark, sehr stark, ich weiß, wirklich sehr stark, okay, bräuchte ein bisschen für den Drachen, ich komme, ich glaube, ich sterbe nicht, oder? Ja, ich habe nicht, ich habe nicht, blöd, Johnny. Ja, hast du noch ein Wort für Männer? Nee, ich habe es, haben wir irgendwas? Ja, nein. Ihr könnt dich safe fighten, ihr könnt dich safe fighten. Gut, ciao. Ein Drachens. Ja. Du, ach, du bist ja auch Jordan. Ist okay. Ist ja nicht. Oh, mein Gott, ich habe ihn fest nicht gesehen. Nein, so close. Gott, dammit, ey. War aber gut. Schade, dass wir einen Drake nicht bekommen haben. Ja. Ich hab den Fischi nicht gesehen. Ich dachte, es hat nur noch Ezreal. Oh, happens, happens. Ich hätte ja auch nicht sagen können, dass wir dafür einen Drake gehen. Also der Ezreal ist auf jeden Fall der, der bei den Gegnern am stärksten ist. Ich hab ja leider fast unser ganzes Gold, ne? Mal schauen. Richtig viel Gold. Ich mach dem A-Fight immer noch extrem viel Damage. Wie hoch ist denn jetzt die Gefahr, dass die einfach Nash gehen? Äh, kann jemand Nash warnen? Ich denke nicht, dass die Nash gehen werden, aber... CB, ich bin gleich da. Solange noch zwei Leute unten, einer unten ist und zwei in der Mitte, wenn die jetzt nicht gehen, aber... Oh, der Ezreal hat keinen Sohn ist mehr. Wir machen den Ezreal hier. Ja, Fisch Senna bei mir. Nice, Ferran. Aber ich überlebe das nicht. Das war ein huge Fisch. Fisch keine Ult. Fisch keine Ult, okay, nice. Wir gehen die Mitte durch. Achso. Oder Mitte. Oh, hier ist Action. Ich glaube, er ist da. Oh, boy. Reingflasht. Oh, ich hab noch keinen Sohn jetzt wieder. Oh mein Gott, wie lange hat das einen Cooldown? Das ist auf jeden Fall Wunderville, ne? Safe, aber... Ist halt... Ist halt... Ist halt ultraartig. Ich ging grad für Nash. Heißt du, klar. Hier. Können wir da irgendwas machen? Wann warst du? Werde ich schon nur das schaffen in Time Safe? Weil dies noch nicht da? Jetzt ist er da. Drei Sekunden. Ich werd direkt rushen. Ja, ich renne hin. Ich werd mich direkt reinflaschen, wenn er noch da ist. Ja, ja, ja. Ach, na, stade. Ach, wie ekelhaft stark ist der. Bends die Feet und dann ist er einfach so ein fucking Stein. Ey. Ich brauch neue Top-Lane-Champs. Ähm, wie sieht's dann aus? Wann ist denn der nächste Drake? 1,20, ne? Nächster Drake in 1,20. Ist das dieser Soul-Drake dann? Ne, noch nicht. Ist der dritte jetzt, glaub ich, der Drache. Okay, wir brauchen ein bisschen Ordnung. Bin überfahren worden gerade. Der Magic Trick. Einfach weg. Feels great. Wie gesagt, nächste Drache wird alles entscheiden. Ich würd sagen, einfach, einfach passiv spielen wirklich. Feel, feel, feel. Einfach passiv. Nicht fighten bis zum nächsten Sachen am besten. Ja, das sehen die anders. Ich bin hier rauszukommen, aber. Oh. Ja. Gebt ihr noch? Ne. Kann ich, kann ich nicht bestätigen. Nein. Hier müssen wir droppen. Hier müssen wir droppen. Ja, die schlechte Neuigkeit ist, die Gegner haben jetzt mit Leafs und Esri 3 starke Damage-Dieder. Ich geh gar nicht so auf die Reihe. Ja, ich bin in 15 ab. Wenn ihr so lange nach dem Nexus verteidigen könntet, würde ich gerne mal in 10 Sekunden noch. Ja, ich bin auch in 10 Sekunden. Ich glaube, es ist nicht wir. Das sieht nicht ganz hoch. Das wird eher nix. War ja schon mal besser als das erste Game. Ja, das ist doch den Fall. Ich war schon mal besser als das erste. Yeah. Ach, ich war so kacke, die Runde. Ha, das passiert im besten Mal. Ja. Das ist ja gar kein Problem. Boah, die Sonne. Also, Z schreiben wir zu der Liste von Katharina. Ja, die haben gut Tempo gemacht, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mein Lied aber auch zu lange auf der Seite gelassen. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie droppen sollen. Hey, GG, guys. GG. Ja, aber auf jeden Fall GG.